Rentenerhöhung 2023. 10,5 Prozent mehr Rente für Millionen Rentner. Kann das wahr sein? Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. 10,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt für rund zwei Millionen Angestellte, Beamte und Pensionäre im öffentlichen Dienst ab 2023. So die Forderungen der Gewerkschaften und des Deutschen Beamtenbundes. 10,5 Prozent mehr Lohn, Gehalt und Pension als Inflationsausgleich. Daher gleicht die Forderung eines Kunden von Rentenbescheid24, dann muss es auch sofort ab dem 1.7.2023 eine Rentenerhöhung von 10,5 Prozent für alle gesetzlichen Rentner geben. Wenn Beamte, Angestellte und Pensionäre 10,5 Prozent mehr Inflationsausgleich bekommen, steht den Rentnerinnen und Rentnern mindestens in gleicher Höhe eine Rentenerhöhung zu. So die Meinung unseres Kunden. Entscheidend für die Rentenerhöhung 2023 wird aber sein, wie hoch die Lohnentwicklung im Jahr 2022 gegenüber dem Jahr 2021 ausgefallen sein wird. Aktuell misst das Bundesamt für Statistik in Wiesbaden bei der Lohnentwicklung im ersten Quartal 2022 4 Prozent mehr gegenüber 2021 und im zweiten Quartal 2,9 Prozent höhere Löhne als im Vorjahresquartal 2021. Entscheidend aber für die Bestimmung des neuen Rentenwertes im Jahr 2023 ist die Lohnquote nach der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Diese Zahlen liegen aber aktuell am 12. Oktober 2022 belastbar noch nicht vor. Hohe auch inflationsgetriebene Lohnabschlüsse, wie sie aktuell in 2022 zu beobachten sind, können sicherlich Rückschlüsse auf eine Rentenerhöhung 2023 geben. Daher ist zu hoffen, dass alle Rentner im Jahr 2023 sich über eine hohe Rentenanpassung freuen können, weil die Löhne und Gehälter im Jahr 2022 sich außerordentlich gut entwickeln. Wir erkennen und wir sehen aktuell wirklich in vielen Bereichen sehr hohe Lohnabschlüsse. Ob es aber wirklich 10,5 Prozent dann tatsächlich sein werden, wage ich zu bezweifeln. Aber warten wir doch einfach mal die Zahlen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales ab. Diese kommen ja in der Vorausschau möglicherweise Ende November, Anfang Dezember. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentengescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel